Drei Sechs Ähm Ich glaube das muss irgendwie Die Gesamtzahl muss acht ergeben So Moment jetzt haben wir hier Fünf Sechs Ach Moment hier ist doch Sechs, sieben, acht Das passt dann wiederum nicht hier Dann muss ich glaube ich den runter Oder ne den runter Pass auf, pass auf, pass auf Den hoch Den Runter Ähm Jetzt sind das hier unten eins Und sieben Und Sieben Das sind zu viele, Moment da muss ich den hoch machen Das sind jetzt sechs Sieben, acht Und Och Gott jetzt Jetzt ein Rätsel, das passt ja gar nicht Moment, hier hoch Das passt auch nicht Ähm Wie machen wir es denn Moment hier Wir zählen mal zusammen bis es acht ergibt Drei Fünf, sechs, sieben Ne, was Drei Vier Vier Fünf Sechs Sieben Acht Na das sind dann schon acht Wenn ich die jetzt alle hoch mache Wenn ich Fünf Sechs Sieben Na hier ist dann einer zu viel Verdammt Muss man nicht kapieren Ich guck mal kurz weiter, was es da so gibt Ja, mach mal Mein Hund geht von rechts nach links und guckt den Bildschirm doof an Ne, die Bildschirme Ach ja, du hast ja fünf Zwei Ja, zwei Äh Was ist hier Hallo Okay, hier ist wieder ein Ach, hier gibt es wieder was Ach du Ein PS Da muss ich glaube ich jetzt die Dinger reinmachen, oder? Mhm Hier ist noch eine Notiz Es sind nur noch zwei Stäpe für die Aufzugsmaschine übrig Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind Und lass die anderen Bla, bla, bla Okay Ähm Ja Wir machen das jetzt mal wie im PS2-Controller Das Dreieck ist ja dort grün Vielleicht klappt es ja Moment Ähm Der Kreis ist rot Ja, genau Und das X ist eigentlich Mist Ja Probier einfach trotzdem mal Wir leben noch Ja Hm Aber ist das richtig? Hm Dann machen wir es mal hier Hier Und hier Nein, auch falsch Dammt Machen wir hier blau und Oh Ja, das ist auch falsch Mein Gott, haben wir eine tolle hier Szene erwischt Irgendwie schlafen Na, es geht nicht an Vielleicht muss ich auch erstmal diesen, ähm Dieses Da redet jemand Oh, da geht es noch weiter runter Ich hab jetzt so keinen Bock auf den Zombie, ne? Du meinst Krüppelente Krüppelente, genau Wo? Äh, sag ja nämlich grad nach, ne, war keine Truhe Es sah grad nur so aus Okay Verarsch du mich hier Ne, warte, hier sind, äh Es müssen noch fehlende Zahnräder eingesetzt werden Oh, was geht denn hier ab? Alles voller Rätsel Und ich check nicht eins Hier ist ein Zahnrad Ups Tarnrädchen, rein mit dir Es passt nicht in diese Scheibe Es passt aber in diese Scheibe Äh, wo ist das nächste Zahnrad? Vielleicht hinter den Kisten oder so Das könnte auch sein, stimmt Oho, mein Hund will raus Ja, aber wir haben jetzt keine Zeit Wir müssen um unser Leben kämpfen Warte mal, ich schon mal kurz das Mikro ausschalten Und dann geh ich mal den, die Tür einfach aufmachen Okay, ja, lass mich alleine Ja, genau, mal ganz kurz, so circa so Zehn Sekunden Gut Äh Ich müsste ich jetzt irgendwie, na, wo ist denn das? Ich glaube, ich habe da hinten welche gesehen Und wieder da Hallo Ja, ich habe alle drei Rätsel gelöst Und hier ist ein Zahnrad Ja, genau, merkt man, dass du alle gelöst hast Wenn dir noch ein Zahnrad Wenn und Und hüpf Und rein da Ah, es passt Und jetzt müsste da noch irgendwo eins liegen Also wir müssen hier eigentlich so einen Ähm, Fahrstuhl Ähm, reparieren Denke ich mal Ja Das ist das Ziel Ein echt spannendes Ziel, ja Und da liegt noch eins Komm, das setzen wir dann noch ein Und dann müssen wir uns wohl oder übel um das Rätsel da kümmern Ähm, na, wie heißt denn das? Ach Diese, diese Achter So, das hätten wir jetzt Ich glaube, da kann ich etwas aktivieren Ach, verdammt Es ist nichts im Brenner, das man anzünden kann Wo ist denn der Brenner? Na, wo ist denn der Brenner? Na, wo ist denn der? Ah An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden Anscheinend muss, ähm, ist die Maschine, ähm, das ganze Shopwerk da oder so Hm, also ich glaube, da müssen wir die anderen Ach, hier ist noch was So, habt ihr gelesen Ja Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt Wir müssen das Rätsel schaffen Was da oben ist Ja, die kommen wahrscheinlich danach Das ist die Ruhe vor dem Sturm Ja, genau Jetzt zum Beispiel, wenn du dir Wo du eben halt gesagt hast, so, äh, äh, Fahrstuhl reparieren Ja Dann trümmst du dir dann diese Dinge da drinnen und dann Ja, wahrscheinlich Ja Boah, ich höre sie die ganze Zeit Ah Wir machen Oder was geht Ja, komm mal, was geht Ja, aus dem Fahrstuhl Richtig Ähm Ich würde mal sagen, hier machen wir einen kleinen Schnitt Und machen dann im nächsten Part wieder weiter Okay Tu Hey, 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 Leute Hier ist Markus aus dem Kater Äh Du hast mein Video gehackt Nein Ähm Ja, wir haben jetzt hier, ähm Das Problemchen mit diesem Äh Hebelchen hier Gehabtchen Aber ich hab das Problemchen gelöst Und zwar Passt auf Müssen wir hier nach unten Äh So war das, glaube ich So Und die Nach oben Und hier nach unten Und jetzt sterben wir Nein, wir leben noch Oh, gut Okay, das funktioniert jetzt Und jetzt müssen wir nur noch diese Stäbe Oh 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 ja Aber guck, sagst du Angst Blö Warum nicht? Weil ich kein Ton höre Ja, das ist, das ist ein bisschen blöd Aber ich kann es dir mal hier nachmachen Den Ton, pass auf Hast du jetzt Angst? Ähm Sag ja Bisschen mehr So, und das mit den Dingen Hier hab ich auch mal hier gelesen Man kann es hier im Tagebuch Ne, ne, ne Doch, nein Bei den Notizen Pass auf Hier Anleitung Und hier Jetzt brauchen wir erstmal den Trinity Dann den vier Phasen Und dann Dingsbums Also zuerst Trinity Wo ist Trinity? Da ist er Dann vier Phasen Und jetzt den hier Und jetzt sterben wir Nein, doch nicht Gut Dann gehen wir jetzt hoch Und aktivieren die Maschine Oh mein Gott Da hat sich was bewegt Etwas schleift durch die Gänge Moment, ich mach mal das hier Es ist nicht Ach, hier muss ich was reinwerfen Was brennbares Ja, was brennt denn hier so? Holz Ja, ich Geil, komm, hüpf Rein da Schaufel brennt Ne, haben wir Holz oder so? Moment Ja, ich könnte diese Holzkisten nehmen Aber Ach, das ist Kohle Ach, Gottchen Hier, du bist doch der Minecraft Zocker Ja, ich sehe Es ist nur ein bisschen dunkel Hat man noch ein bisschen größer Ja, das wäre besser Ja, genau So, jetzt werfen wir hier Kohle rein Pass auf Wir craften uns jetzt was Schönes Ja Und das auch noch rein Und Den auch noch Rein Ja, ganz gut Und jetzt vielleicht zumachen Ach, die Schaufel ist noch drin Egal Ja, was ist denn jetzt Mit der Schaufel Komm raus Keine Ahnung Die ist jetzt da drin Ich hab das Spiel gehackt Geil Ja, aber es Bestimmt geht das jetzt wegen dem Ding nicht Nein Ja, geh jetzt zu Und ich drück jetzt runter Ja, jetzt brennt's Und jetzt muss ich das da aktivieren Oh, und jetzt läuft das Was? An der Sch... Da muss noch etwas gemacht werden Hä? Aber was? Fehlt da vielleicht noch ein Zahnrad? Das könnte sein Hier fehlt noch was, oder? Nein Ach ja, wo fehlt denn hier ein Zahnrad? Hm Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Ähm Es könnte auch sein, dass diese Stäbe noch nicht richtig drin sind Ja, ja Ist auch gerade eben Du, 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 du Aber wie sind die denn jetzt richtig? Weiß ich nicht Hm Ah, warte mal Strömungskreislaufstab Kreislauf Kreis Jetzt pass auf Ähm, was ist das? Trinity Dampfstab Heißt Trinity nicht irgendwas mit drei oder so? Weiß nicht Hier Und was heißt das Ding? Vier Phasen Amplituden Vier Vier Eck Jetzt sterben wir Nein, immer noch nicht Hey, das ist mir gerade spontan eingefallen Darfst du mir ruhig, äh, applaudieren Dank, dank, wär doch nicht nötig So, und jetzt Jetzt, jetzt los Jetzt läuft die Maschine